Ist das jetzt mein Gegengeschenk? Hey! Du da! Raus aus dem Haus! Ja! Schmeifsteine! Ich würde die an die Taube werfen! Oh ne, das sind Dachs! Oh Scheiße! Ich muss... Ich muss gehen! Okay, jetzt wird's problematisch! Und da ist die Frau aus dem Haus. Ist das der Ehemann? Ich stehe unter Zeitdruck! Okay! Okay! Es ist die Tür mit der Maske drauf! Okay, der Typ gibt uns noch ein bisschen Zeit! Okay! Okay! Nichts! Aber das kann sich mit dem Fakt, dass ich ein bisschen knackig bin. Während ich kooken habe, ein Kuchenknife fällt auf meine Hand und es schlecht verbringte. Ich muss es auf dem Schalb schon mal verbringten. Aber ich kann es nur noch nicht vergessen. Ich werde wahrscheinlich nur eine gute Nachtsdurchsdurch brauchen. Dann wird alles besser. Dein, Elisabeth. Jetzt... Sie sehen schon ein bisschen... Äh... ...spirituell... ...Angehauft aus. Ein paar Familienaufnahmen. Jawoll! Da war der... Europel ... ㄱ. uit ... ... ... Ja! ... ... ... Ich sollte mal schauen, dass ich wegkomme von hier und den Stockberghöher kommen. Das Auto ist noch da, die Tür ist offen und alles ist offen. Ich kann leider nicht schneller gehen als so. Wahrscheinlich wartet er gleich hier. Das ist der Moment, wo alles ist einfach alles fucked. Was ist hier in der Hölle passiert? Das dachte ich mir doch gerade. Die Taschenlampe ist absolut nicht mehr brauchbar. Die Taschenlampe ist sicher. Sie denken, dass ich ein Kind of a witch bin. Eine von ihnen hat versucht mich zu verabschieden. Kannst du das? Was ist mit unserer Gemeinschaft hier passiert? Wenn die Stasi herausfinden, ich werde sicher gehen. Ich muss mehr bemerksam sein. Mein nächster Text wird in Invisible Ink geschrieben. Es wird einfacher, um es über die Grenzen zu bekommen. Ich weiß nicht, wer zu glauben. Ich weiß nicht mehr, nicht sogar Friedrich, der mich nie glaubt. Dein, Elisabeth. Also wenn du Friedrich schon nicht mehr traut, dann ist es echt zu viel. Warum hänge ich hier fest? Warum kann ich hier nicht gehen? Klar, warum nicht? Warum nicht? Herr Richard, das wird meine letzte Text. Elisabeth. Die hat anscheinend ein bisschen scheiße gebaut. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es noch brauche. Shit. Das kann ich leider nicht lesen. Okay. 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 Dann Kreide. Erstmal noch das Foto von dem guten Kasper. Sieht nicht so glücklich aus. Das wäre die Rune, die ich sowieso jetzt hierhin gemalt hätte. Aber die leuchtet auch noch. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist oder nicht. Okay. Jetzt versuchen wir erstmal was zum Ausprobieren. Okay. Ich muss ein bisschen warten. Irgendwas anderes passieren. Oh, ich habe eine Lampe. Das ist geil. Okay. 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 Anscheinend kann ich es nicht zeichnen. Dann stelle ich mich zu blöd an oder? Hm. Nein. Ich habe mich zu blöd angestellt. Nagelola.